Was geht ab Leute? Willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Normalerweise würde ich jetzt ein bisschen aufräumen, aber die Jungs kommen heute noch mal. Die sind im Stream Fieber. Wir haben gestern krass gestreamt und ja, wenn wir das irgendwie regelmäßig reinbekommen, dann ist doch geil und macht Spaß. Aber schlechte Neuigkeiten gibt es auch. Ben Askren hat verloren. Erste Runde Knockout TKO. Ja TKO. Es war eigentlich nur ein Knockdown, aber könnt ihr selber anschauen. Irgendwo findet ihr sicher die Highlights, falls euch das interessiert. Also, falls euch das interessiert, dann wisst ihr eh schon das Ergebnis. Und es gab einen kleinen Dip im Kryptomarkt, aber bei uns ist es nicht so schlimm. Die Rendite kommt immer noch saftig rein. Ich mach mir Nudeln. Endlich mal Kogo Sachen aufbrauchen. Das sind keine normalen Nudeln, das sind Bio-Hand-Nudeln. Ihr wisst Kogo immer so crazy Zeugs mit direkt auch noch Soße. Und da dachte ich mir, weil wir haben noch das Käse, das ganze Käse von Chong von gestern. Kann ich gleich verwenden und ja, dann haben wir es nicht verschwendet. Mach ich mir jetzt selber alleine, weil die Jungs essen alle zu Hause und dann kommen die rüber zum Streamen. Hey, was geht ab? So, ein bisschen aufgeräumt. Schon bereitet die Shisha vor. Ikus am Start, fleißig immer neue Videos hochladen. Ja Mann, es geht los Mann. Du hast schon gesagt, hier richtig saftiges Internet. Richtig krass, super saftiges Internet Mann. Muskaton muss gar nicht da sein. Ich kann, wie gesagt, nur hier vom Fenster hochladen und das passt. Mein Gott. Mal, er leidet richtig hart immer. Jungs, das dauert so Stunden noch auf drei Prozent. Da steht noch zwei Stunden. Unge Livestream. Ein bisschen kochen, ein bisschen was abschauen, was wir da so nachmachen können. Meine Abwechslung, weil die Jungs haben gestern einen etwas anderen Stream angeschaut und analysiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er war echt krass. Das Spiel war echt krass, Mann. Jetzt bin ich echt auf diesen Streamen. Ja, Mann. 1,1,3 Stunden noch geschaut. Solche Streams werden wir nicht machen. Der Geschmack ist nicht so stark. Jungs spielt ein neues Spiel. Vor allem. Es ist richtig schwer. Ich habe es früher mit einem anderen Kumpel gespielt. Mit Traube. Und es war richtig schwer. Also wenn du die Farbe siehst, dann ist es relativ einfach. Aber wenn du es nicht sehen kannst. Traube. Also ihr wisst ja, Chong denkt, er hätte Gotthang. Er hat zu viel Food Wars geschaut. Traube ist falsch. Was ist das? Es war... Es war... Das ist schon krass. So, wir haben ein bisschen Essen, Leute. Der Stream war echt saftig, eigentlich. Der Stream war saftig, Mann. Bei Will of Steel. Heads up. Eins gegen eins gegen Nico. Oh mein Gott. Es war echt... Emojis haben mich gekillt, Mann. Das war echt spannend. Ich habe krasser Spielfehler gemacht. Das war echt spannend. Niko hat echt sehr gut mitgehalten. Also starker Spieler. Letzte Runde hat entschieden. Da kamen Emojis. Das sind leider echt zerstört. Das war echt krass, Mann. Einfach krasser Spielfehler. Obwohl... Es war... Es war nicht... Also wenn man es dann gehört hat. Also es war Harry Potter. Also wir haben schon gesagt... Geschenkte Punkte und so. Easy. Auf einmal kommt er mit Clark Kent nachher. Ich dachte Clark Kent, brilli. So, Nico, was hast du geschrieben? Clark Kent, alias Superman. What the fuck? Harry Potter, Digga. Wegen dem Blitz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, wegen dem Blitz. Ich bin Superman. Wegen dem S, Mann. Nein, es war Blitz. Oh mein Gott. Zeig mir mal das Bild, Mann. Mistplay. Mistplay. Zeig mir doch mal her. Wo ist es jetzt hin? Ich dachte wegen der Brille, wegen Clark Kent, Mann. Mistplay für Diko. Nein. Hier, Diko. Oh mein Gott. Ich dachte, es ist S, Mann. Eine Brille. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig Mistplay. Die siebte Runde, Mann. Richtig Mistplay, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Komm schon, Mann. Das kennt die doch alles. Digga. Warum? Was hast du geschrieben? Planet Affen. Nein. Ich habe Afrika geschrieben. Scheiße. Afrika. Keine Ahnung, Mann! Wieso, Mann? Affen! Schau mal, da war doch Affe... Ein Planet! Ein Planet! Ja, okay, jetzt wo du es sagst, okay, Mann. Ich hab noch extra vorhin gesagt, Erde und drei Affen. Ah, tot! Das habe ich jetzt schon verloren. Ah, okay, dieses Emoji-Spiel hat mich einfach... Okay, ein Planet der Affen war auch, Mann. War eigentlich auch safe und dann, wo ich mir dachte, fuck, Mann. Ein Affen wäre ein bisschen schwierig gewesen, aber drei Affen wäre... Kontinent, Afrika, Affen, dachte ich irgendwie so, keine Ahnung, Afrika. Aber sonst war geil, also wie gesagt, Hetsaps 1 gegen 1 fand ich auch gut. Ein bisschen mehr Action-Spannung, 1 gegen 1 war auch schneller, nur drei Fragen auch ein bisschen schneller, besser als fünf. Muss man sich überlegen, hier und da. Andere Ideen hatten wir auch schon. Heute eine klasse Business-Idee. Komm, schau mal, für Tati, Mann. Für Tati, Mann. Für uns alle, Mann. Aber Store-Manager, Mann. Sonst haben wir noch einen schönen Swimmingpool mit Bällen und so. Bälle-Paradies. Hot Yugi noch, Mann. Hot Yugi. Hot Kitchen. Es wird endkrass, Mann. Richtig krasse Projekte. Nächstes Wochenende. 24 Stunden Livestream. Mit Nico. Jetzt ist die Kamera, jetzt könnt ihr nicht mehr absagen. 24 Stunden Stream, Mann. Mit Krass, Mann. Mit Getränken, Party, Disco-Kugel. Alles wird dabei sein, Mann, Leute. Richtig krass. Die Blauen sind alle unten, Mann. Mit's hätte ich jetzt sofort erwartet. Jellybeats haben wir auch gespielt. Bisschen so Geschmäcker-Garten. Guck mal wieder. Boah, ihr habt Lakritz, jetzt gibt's Lakritz. Was, äh... Was machen wir wieder technisch demnächst mal wieder? Irgendwas kochen, testen. Wir können uns nicht nur auf Twitch fokussieren. Wieso, Mann? Ich bin nur auf Twitch, oder? YouTube vergessen, ihr? Ja, überlegt halt für nächste... 24 Stunden... Digga, du bist doch der Ideenmann in letzter Zeit. Mal nur noch auf Twitch machen, jetzt. Oh mein Gott, was ist da los? Lass doch den Kanal nicht im Stich. Aber wieso beim 24-Stunden-Stream irgendwas kochen? Ich hab gerne auch in den Kommentaren, was wir so demnächst noch testen, essen sollen. Egal, Jungs, wir sehen uns. Nächste Woche beim 24-Stunden-Stream. Mein Gott. Ah, wir sehen uns. Melissaus. Schlagg euch mal wieder... Es wird endlich mal wiederholfen, Egal. Käst uns ans... Vielen Dank.